WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, dann herzlich willkommen heute hier bei unserem netten Gespräch und wir haben Bedarf, nicht nur Redebedarf, sondern wir haben auch das Thema Bedarf heute. Und mein Name ist Nils Südermann und an meiner Seite, wie bisher auch immer, ist Clemens Hähnbrand. Hallo Clemens. Hallo lieber Nils. Dritte Sitzung. Dritte Sitzung, genau. Sitzung hört sich so förmlich an. Ich glaube, das haben wir bisher noch nie so gemacht, dass es so förmlich geworden ist. Machen wir das mal auch nicht, oder? Genau. Aber ich fange heute, und das kann ich sagen, mal super kompliziert an. Und ich habe mir nämlich einen Satz aufgeschrieben, den ich selber mitdenken muss, damit ich ihn noch verstehe. Wir gucken mal, ob wir das auflösen können, was ich da geschrieben habe, aber dafür nehmen wir uns Zeit. Also, haben ist besser als brauchen, aber es brauchen eventuell auch nichts, ohne das Wissen, was wir haben. Kannst du meiner Frage folgen? Wenn ich ein paar Minuten drüber nachdenke. Also, den ersten Teil habe ich ganz gut in Erinnerung. Also, haben ist besser als brauchen. Also, es ist ganz gut, wenn man was in Reserve hat oder man weiß was oder man hat was, was vielleicht gar nicht notwendig ist, aber es ist ganz schön, wenn man es hat. So, das war der erste Teil. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil. Wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Nils, dann meinst du, man muss auch Wissen haben, was man braucht. Genau. Und was man schon hat. Ja, und was man hat. Ja, richtig. Das bedingt sich irgendwie gegenseitig, dass man, glaube ich, zu einer erfolgreichen Lösung kommt, was immer man auch dann angeht. Also, das ist ja wahrscheinlich auf andere Themen auch übertragbar und nicht nur auf den Unterricht. Aber genau, ist das was, wo du sagst, ja, dieses Wissen ist der entscheidende Faktor? Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Also, ich meine, wir kümmern uns ja jetzt so ein bisschen um die Frage Unterricht, Inklusion. Wie gehe ich mit ganz unterschiedlichen Lerngruppen? Um die ganz unterschiedlichen Ausgangslagen mitbringen? Und das zu wissen, was bringen sie mit? Was haben sie? Was haben die für Interessen? Was haben die für Fähigkeiten? Was haben die für Erfahrungen? Die können ja ganz unterschiedlich sein. Das zu wissen ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für all das, was wir dann tun. Und welche Faktoren müssen da betrachtet werden? Also, wenn du sagst, okay, wir wollen das wissen, wir wollen wissen, was bringt jemand mit? Was muss da betrachtet werden? Also, wenn man das mal so versucht, auch ein bisschen mit wissenschaftlichem Hintergrund drüber nachzudenken, dann ist es schon so, dass man sagt, okay, welches Vorwissen bringt jemand zum Thema mit? Also, es gibt ja so Themen, da haben Kinder viel Vorwissen. Andere Themen haben sie ganz wenig Vorwissen. Zum Beispiel sachunterrichtliche Themen. Da haben viele Kinder Bezug in ihrem Lebensumfeld. Aber in der Stadt vielleicht wieder ganz anders, als wenn du eine Klasse hast auf dem Land. Und dann natürlich auch die soziokulturellen Bedingungen spielen eine große Rolle. In manchen Familien wird ganz intensiv über Themen gesprochen, über Medien gesprochen, über Mathematik, über Naturwissenschaften gesprochen, über Erfahrungen, die man gemacht hat. Religion kann eine große Rolle spielen, kann gar keine Rolle spielen. Da merkt man, wie unterschiedlich das ist, mit welchen Voraussetzungen kommen die Kinder jetzt in den Unterricht. Und wo hole ich die jetzt ab? Also, wenn wir so sagen, ja, der Unterricht muss anknüpfen an das Vorwissen, dann muss ich ja darum Bescheid wissen, was ist das, was sie mitbringen. Also Vorwissen wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Beispiel auch in Mathematik. Wir haben mal eine Studie gemacht, das fand ich so spannend. Letzte Zeit, letztes Jahr Kindergarten. Und dann haben wir mal erhoben, welches Vorwissen, welches mathematisches Vorwissen bringen die Kinder mit? Einige können kaum die Mengen bis drei umgehen, damit hantieren. Das ist schon erschwert. Andere haben uns schon erklärt, wie Multiplikation funktioniert. Bevor die in die Schule gehen, wussten die schon, was das ist, von den Grundzügen her. Und weißt du, da siehst du, wie unterschiedlich die Ausgangslagen sind. Und das wäre so ein ganz wichtiger Punkt. Weitere wäre natürlich die klassische Motivation. Wie interessiert sind meine Schülerinnen und Schüler? Wie neugierig sind sie auf was Neues? Oder so etwas, wie können sie mit Medien umgehen, mit Texten, mit Filmen? Nehmen sie was Wichtiges oder können sie das gar nicht gut unterscheiden? Und das Dritte, wie steuern sie ihr Lernen selber? Also das, was wir Metakognition nennen. Also strukturiere ich mein Lernen? Habe ich gelernt zu lernen? Auch eine wichtige Basis. Da haben wir so vier Dimensionen, wo man wissenschaftlich auch sagen kann, ja, das sind wichtige Voraussetzungen. Das ist das Haben, was die Kinder mitbringen und das auf einem ganz unterschiedlichen Niveau. Jetzt hast du relativ viele, also wichtige Fragen ja gerade so angesprochen, die man stellen kann an Bedarfe. Und jetzt ist meine Frage, wollen wir auf alles die Antwort wissen? Also weil ich glaube, alleine schon, um sich die Fragen alle zu überlegen für jedes Kind, das braucht schon Zeit. Ich gehe jetzt mal von der Lehrkraft aus, die sich da intensiv beschäftigen muss. Die muss dann auch noch die Antworten finden und die in der Praxis irgendwie umsetzen. Gibt es was, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt, vielleicht darf man sich da auch nicht überfordern. Also weil das ist vielleicht ja auch was, was für eine Lehrkraft dann einsetzt in der Realität. Da hast du völlig recht. Also man muss sich überlegen, was brauche ich denn? Was brauche ich als Lehrkraft? Ich kauf mal deinen Begriff brauchen auch auf. Darauf sollte ich mich konzentrieren, weil alles zu wissen, alles Wissen zu wollen, würde mich überfordern. Also ich muss mir schon überlegen, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Nur daraus entwickelt sich ein Brauchen. Was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Also in einem Lernprozess oder meine Klasse soll besser zusammenarbeiten oder ich möchte gerne, dass ein Schüler einen Erfolg erlebt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich wissen, was kann dieser Schüler, diese Schülerin schon in einem bestimmten Kontext. Das heißt, ich kann mich konzentrieren auf das Thema, auf mein Ziel, auf eine bestimmte Schülergruppe, vielleicht auch auf einzelne Schüler, die es besonders brauchen. Und dann kann ich gezielt nach Informationen suchen über das, was die Kinder haben, das, was sie als Vorwissen mitbringen, das, was sie an Motivation mitbringen. Ich kann unmöglich alles in den Blick nehmen, alles versuchen zu erheben. Gibt es denn für dich Bereiche, wo du sagst, wenn man den Blick darauf richtet, das eine sind so übliche Sachen und das andere sind Sachen, wo man schon vielleicht, also ich nenne es jetzt mal problematisch sagen würde, weil ich denke mal, bei den üblichen Sachen sind das ja auch schon im normalen Lernstudium, im normalen Lernalltag geübte Sachen, die wahrscheinlich auch so gruppentechnisch noch besser funktionieren. Wo sagst du, okay, da ist vielleicht was Problematisches, wo ein anderes Werkzeug angewendet wird, ich wollte jetzt Tool sagen, das wäre ja ganz schlimm gewesen, habe ich jetzt trotzdem gesagt. Also wo ist da für dich so diese, ja, so eine Abstufung, wo du sagst, auch Kinder, die mit emotionalen, sozialen Schwierigkeiten und Herausforderungen an die Schulen kommen, ja, wo setzt man da an und wo, wie schätzt man das ein? Also was ja ganz häufig so scheinbar auf dem Tisch liegt, ist, was können die Kinder schon? Also können die sicher den Zähneübergang? Können sie selbstständig ein Experiment aufbauen? Wissen sie die Geschichtszahlen? So, das scheint so banal zu sein, als ob das einfach wäre, dieses Vorwissen so zu erkennen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das auch wirklich sicher, weil ich frage die Klasse, bin ich mir sicher, wenn ich eine Antwort kriege, dass diese Antwort repräsentativ für alle Schüler ist? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es einige Schüler, die wissen viel mehr und andere Schüler, die wissen viel weniger. Also so ganz banal ist das nicht, was anscheinend so alltäglich gemacht wird. Oder ich überlege mir, okay, ich will eine Gruppenarbeit machen, können meine Kinder Gruppenarbeit? Klar, läuft insgesamt. Und ich kriege vielleicht gar nicht mit, dass es manche Schüler gibt, die dann in der Gruppe sitzen, nichts sagen aus Angst, dass sie gemobbt werden oder dass sie irgendwie was Falsches sagen, ausgelacht werden. Also das, was scheinbar so einfach ist einzuschätzen, wenn wir das mal ein bisschen differenziert haben, ist es gar nicht so einfach. Das ist schon mal das, was ich zu den einfachen Sachen sagen kann, die sind gar nicht so banal. Da mal sich vielleicht ein paar Hilfen zu nutzen, wie kann ich da genau hin, da können wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Das andere, was oft nicht gesehen wird, ist das, was nicht ganz so einfach zu sehen ist. Da wird dann wenig drüber nachgedacht und man findet da auch keinen Weg dazu. Zum Beispiel, wenn Kinder Lernschwierigkeiten haben, gibt es systematische Fehler, gibt es basale Unsicherheiten, gibt es vielleicht sowas wie ein Denken über mein Lernen, was mir nicht gelingt. Ich sage mal ein Beispiel. Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, im Lernen erfolgreich zu sein, die haben so eine typische Motivation zum Lernen, nämlich es muss mir einfallen. Die Lehrkraft stellt eine Frage, ich muss es wissen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, im Unterricht solche Fragen zu stellen, das gibt es, einfache Wiederholungsfragen, ganz wichtig. Aber gerade Schüler, die es schwer haben, die denken, jedes Wissen ist so. Sie kennen das nicht, dass man dann etwas entwickeln muss, dass man Probleme lösen muss, dass man Prozeduren, also Schritte des Lernens nachvollziehen muss. Sie denken, ich weiß es nicht, also kann ich es nicht. Und das führt auf Dauer zu einer Demotivation ohne Ende. Und das ist ja etwas, was ich als Lehrkraft gar nicht so einfach sehe. Also diese Voraussetzung, ein Schüler hat ein bestimmtes Verständnis vom Lernprozess selber, die kann ich ganz schwer nur auf der Oberfläche erheben. Und das macht es gar nicht so einfach, diese einzelnen Voraussetzungen, das, was Kinder haben, was sie mitbringen, wirklich gut zu erkennen. Da muss ich dann zum Beispiel Schüler befragen, ich muss sie beim Lernprozess beobachten, ich muss so etwas wie lautes Denken anregen. Das kann ich demonstrieren. Guckt mal, wenn ich da rechne, dann mache ich genau die Schritte, erst den Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Jetzt machen wir das mal zusammen. Wer kann es nochmal vormachen? So anregen, wie Lernprozesse selber sein können, das wäre eine tolle Hilfe. Und da kann ich Anregungen geben, auch für Schüler, die da ein sehr reduziertes Verständnis vom Lernen haben. Was denkst du denn, wo Lehrkräfte und Schulen stehen, also bei diesem Thema? Also mein Eindruck jetzt von dem, was ich ja von euch auch gelesen habe, ist ja, dass es den Ansatz gibt, da Hilfestellung zu leisten, Anregungen. Ist es ein Thema, und das frage ich jetzt natürlich als Laie, wo ihr neu ansetzt? Oder sagt ihr, wir probieren eine Entwicklung, die jetzt schon läuft, es gibt einen auch teilweise positiven Stand an den Schulen, da zu beschleunigen, nochmal vielleicht so ein bisschen eine andere Richtung zu schubsen oder zu aufzufächern? Wo ist da für dich der Stand? Ja, das ist eine spannende Frage. Weil schon nach Pisa, ich sage mal, die Pisa-Befunde wurden ja immer noch oft sehr verkürzt rezipiert. Aber ein ganz spannender Befund war, Schülerinnen und Schüler profitieren vom diagnostischen Blick der Lehrkraft. Spannendes Ergebnis, diagnostischer Blick, das heißt, es gibt Lehrkräfte, gerade erfahrene Lehrkräfte, die sich immer wieder selber auch kontrollieren. Also Lehrkräfte, die genau hinschauen, die erkennen, okay, die Hälfte meiner Klasse hat hier Schwierigkeiten, da muss ich unbedingt nachsteuern. Wie kann ich das jetzt geschickt machen? Da kommt dann so ein didaktisch-methodisches Know-how. Aber erst mal zu erkennen, da brauche ich nochmal eine Übungsphase, da brauche ich nochmal eine Erklärung, da brauchen meine Schüler nochmal eine gezielte Anleitung. Das ist der diagnostische Blick. Daran können wir ansetzen. Das können wir schulen. Da können wir auch Instrumente an die Hand geben, wie man das gut etablieren kann. Und da gibt es ganz spannende Forschungen, sogenannte Screenings, wo man sich erstmal einen Überblick verschafft. Zum Beispiel die Aufgaben, die man gestellt hat und vielleicht noch ein paar schwerere, mal von allen lösen zu lassen. Dann sieht man, aha, schau mal an, da gibt es Schüler, die können schon alle Aufgaben, wo ich gedacht habe, da müssen wir erst noch lernen. Und von manchen Schülern merke ich, da fehlen die Voraussetzungen. Das heißt, ich habe so ein paar einfache Tools, ich greife mal deinen Begriff von vorhin auf. Es gibt also Tools, die mir helfen, so einen Überblick zu gewinnen, über die Lernausgangslage, sagen wir dazu. Und die kann ich dann auch nutzen, um zu dokumentieren und auch den Schülern Feedback zu geben, wie sie Lernfortschritte machen. Als Vater des aktuell noch Grundschülers, ist es dann immer so meine Frage, wenn wir dann von Tools reden, wo sind da Grenzen? Weil, also bei mir ist, vielleicht ist es einfach so, weil man sein eigenes Kind ja auch nochmal so sieht und dann diese Einschätzung hat, aber wo sind die Grenzen dieses Einschätzens? Wo muss ich darauf hoffen, dass die Lehrkraft so ganz individuell, emotional, persönlich auf so einer Ebene agiert? Und wie kann eine Lehrkraft das auch lernen? Also ohne einen Raster anzusetzen? Oder verstehst du, Ja, ja, verstehe ich total. Es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, jetzt von deinem Wort. Ja, aber nein, es gibt da gute Studien, wie verzerrt auch Lehrerurteile sein können. Dass zum Beispiel, Thema, was wir gerade aktuell auch so ein bisschen analysiert haben, schon mit den Vornamen werden bestimmte soziokulturelle Hintergründe verbunden. Oder auch so verfestigte Vorurteile, Mädchen sind vielleicht schlechter in Mathematik oder Naturwissenschaften. Werden zum Teil dann ins Selbstbild von Kindern übernommen. Das ist wirklich eine Gefahr. Diese Einschätzungen können sehr verzerrt sein. Und darum mit diesen Tools, die helfen uns, diese Verzerrungen zu reduzieren. Wir können sie wahrscheinlich nie ganz aufheben, aber zumindest zu reduzieren, sodass diese Einschätzungen zu den Ausgangslagen, zu dem, was Kinder haben, dass diese Einschätzungen, diese Urteile sachlicher werden, fundierter werden. Und der Ausgangspunkt ist tatsächlich so etwas wie eine Beobachtung im Unterricht. Das ist ein ganz wichtiger Zugang. Das kann man auch anleiten. Man kann sich so ein paar einfache Items selber anschauen, selber kreieren, oder man kann sie auch aus bestimmten diagnostischen Verfahren entnehmen, dass man einfach mal über längere Zeit beobachtet und festhält. Nicht nur einmal, sondern mehrfach zum Beispiel, wer arbeitet mit wem gut zusammen, welche Materialien werden gut genutzt, welche Hilfen kommen gut an. Das sind alles so Punkte, die ich mal beobachten kann. Und dann sollte ich aber tatsächlich so etwas wie einen kleinen Test, wie eine kleine Übungsaufgabe, die sollte ich anbieten und mit allen Schülern durchführen, damit ich einfach einen Überblick habe, wo stehen meine Schüler denn. Das hilft mir dazu, diese Verzerrungen, die du zu Recht angesprochen hast. die auch sonst sehr, sehr verhärten können, die sehr stabil sind, um die zu reduzieren. Um praktisch eine fundiertere Einschätzung dessen, was Schüler schon können, das besser auf den Weg zu kriegen. Und dann kann ich auch sagen, das brauchen sie noch, um den nächsten Landschritt zu tun. Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen vorgenommen, im ersten Block so ein bisschen über Bedarf vermitteln zu sprechen. Und ich habe jetzt, wer jetzt eigentlich einen Begriff nochmal erläutert kriegen von dir. Und das ist der Begriff Service Gap. Denn das war so ein Punkt, den habe ich gelesen, und da ging es ja auch um diese emotional-sozialen Herausforderungen, von Auffälligkeiten. Und wir sind vorhin so ein bisschen davon weggesprungen, das weiß ich, aber es war so ein Punkt, wo ich dachte, da waren Zahlen, die haben, ja, da habe ich dann, oh, das ist eine Diskrepanz. Und wenn du das nochmal so erläutern könntest für mich, das wäre ganz toll. Ja, ich sage mal, das ist dieser andere Schwerpunkt, emotional-soziale Entwicklung, das ist etwas, wo viele Lehrkräfte berichten, das belastet uns. Oder auch Klassen berichten, boah, wenn da ein Schüler ist, zum Beispiel mit ADHS, so als berühmte Phänomen, also Aufmerksamkeit, Defizit-Hyperaktivitätssyndrom, wo man es sehr schwer hat, sich zu konzentrieren, ruhig auf dem Platz sitzen zu bleiben, über längere Zeit konzentriert zu arbeiten. Man ist dann sehr unruhig. Das stört andere. Das ist so ein typisches Phänomen, was sehr, sehr viele Leute belastet, die Mitschüler belastet ist, die Lehrkräfte belastet, den Schüler selber belastet ist, weil er merkt, er ist so anders als andere und fühlt sich auch als Außenseiter. Eltern sind heftig belastet. Also das sind schon so Phänomene in diesem sozial-emotionalen Bereich, wo viele Lehrkräfte sagen, das ist schwer. Damit klarzukommen, ist wirklich schwer. So haben wir ganz ähnlich aggressives Verhalten. Es sind oft wirklich Belastungen, die auch sozial durchschlagen und wo alle genervt sind. Ich fasse es mal so zusammen. Service-Gap bedeutet, wir haben da von ungefähr 15, 16 Prozent der Schüler zu sprechen, die davon betroffen sind. Wenn wir aber mal anschauen, wie viele Schüler bekommen denn eine besondere Hilfe, sind wir bei zwei bis vier Prozent. Und so etwas wie ein ADHS, auch wie starke Aggression, das ist keine Bagatelle. Das ist nicht so etwas, was man früher mal gesagt hat, ja, Pflegelalter wächst sich aus oder so. Nein, nein, das kann sich zwar verlagern, es kann vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar sein, aber es ist eine Belastung und es bleibt eine Belastung, zum Teil lebenslang. Wissen wir aus neueren Studien zum ADHS. Das heißt, da braucht es dringend Hilfen. Und wir haben ein viel zu niedrig ausgebautes System der Hilfen. Frag mal Eltern, die haben ein Kind vielleicht, das solche Probleme mitbringt. Frag mal, wie lange sie warten müssen, bis sie einen Platz in der Psychotherapie bekommen. Bis sie einen Arzt finden, der wirklich auch gut diagnostiziert, der sie gut berät, der gute Therapien auf den Weg bringt. Das ist der Service Gap. Wir haben 15, 16 Prozent der Kinder, die eigentlich Bedarf haben und wir haben nur ganz wenige Plätze, die diesen Bedarf decken können. Und das ist dieser Service Gap. Und der ist nicht nur in Deutschland so, sondern der wird auch international diagnostiziert, weil wir einfach viele Kinder damit alleine lassen. Und da verbessert sich nichts von alleine, sondern da braucht es gezielte Unterstützung. Da müssen auch Lehrer Unterstützung bekommen, Beratung bekommen, zum Beispiel durch sonderpädagogische Fachkräfte oder auch Eltern müssen eine Beratung bekommen, von Erziehungsberatung oder auch von Psychotherapeuten. Also da sieht man einfach, das wird oft übersehen, dass wir hier einen großen Bedarf haben, von was man ausgehen kann, was brauchen die Kinder, damit sie einen besseren Weg machen. Gibt es denn sowas, also wir sind jetzt ja, also zum Abschluss dieses Blogs ermitteln sozusagen, wo du sagst, einfach mal um jetzt auch positiv da raus zu gehen, weil es ja schon, weil wie du sagst, ein belastendes Thema ja auch sein kann, gerade in diesem Bereich, wo du sagst, da können Lehrkräfte vielleicht, selbst wenn das System, wie wir sagen, eigentlich müsste mehr Hilfe da sein, eigentlich müsste mehr, also diese Lücke, die da ist, wird nicht geschlossen. Aber gibt es was, wo du sagst, oh das ist vielleicht was, was so individuell hilft, also als Anregung, als Gedanke, oder sagst du einfach, im Grunde genommen hängen wir da gerade hinterher, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Und egal wie wir ihn ermitteln, die Lücke bleibt erstmal, ohne dass man was tun kann. Ich würde gerne hervorheben, was die Schule als Chance hat. Die Schule ist eine Chance, gerade für solche Kinder. Wenn wir das mal ganz banal anschauen, wenn eine Therapie implementiert ist, Angebot mit durchgeführt wird, ganz wichtiger Punkt der Hilfe, so, aber die findet einmal die Woche statt. Eine Lehrkraft sieht dieses Kind fünf Tage die Woche, wenn es gut geht. Und eine Lehrkraft kann eine Vertrauensbeziehung aufbauen, kann eine Verlässlichkeit demonstrieren, kann durch Strukturierung, wir haben das Classroom-Management, haben ja auch Informationsmaterialien dazu erstellt, das ist eine ganz wertvolle Hilfe, um guten Rahmen zu schaffen, dass Kinder lernen, sich allen Regeln zu halten, dass die Schülerinnen und Schüler merken, hoppla, ich mache da auch Fortschritt in meinem Mitarbeiten, in meiner Kooperation mit meinen Mitschülern. Und da haben wir inzwischen doch in den letzten 15, 20 Jahren, würde ich sagen, haben wir viel gelernt, was Schule als Chance hat, zum Beispiel mit Classroom-Management, aber auch mit einzelnen Förderprogrammen, die man systematisch über längere Zeit einsetzen sollte. Und davon profitieren viele Schüler, nicht nur die Schüler, wo Diagnosen da sind, wo man sagt, ja, hier haben wir wirklich auch mit psychischen Störungen zu tun. Nein, viele Schüler, die vielleicht mal auch Schwierigkeiten haben, die mal eine Krise durchmachen. Wenn wir mit solchen Verfahren vorgehen, unterstützen wir eine ganz große Zahl von Kindern, die damit guten Weg machen, die damit gut sich selber steuern lernen, die damit gut auch interagieren und die letztlich dazu führen, dass wir gute Klassensituationen, gute Gruppensituationen beiführen können. Wenn ich, ja, einfach die richtige Betrachtungsweise zu sagen, da ist eine Chance auch. Also natürlich herausfordernd, aber es ist eine Chance. Und was das bedeutet in der Praxis und im Alltag, das besprechen wir dann gleich im zweiten Teil. Bis gleich. So, wir machen weiter und wollen jetzt noch so ein bisschen in praktische Ansätze gehen. Und wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, wie man Bedarf ermittelt, wie man seinen Blick schärfen kann, welche Tools, wir kommen von diesem Griff heute nicht mehr weg, was da hilft oder was helfen kann. Und jetzt wollen wir einfach noch mal so ein bisschen wirklich über die Praxis reden und wie man diesen Bedarf dann auch angeht. Also, denn wir haben ja in meinem überkomplizierten Erzentsatz festgestellt, dass Wissen irgendwo wichtig ist, um dann auch mehr zu haben am Ende, wenn man das Brauchen erst mal festgestellt hat. So, genau. Ja, welche Maßnahmen und Modelle bieten sich denn an, um dann praktisch Bedarfe anzugehen? Ja, ich sage mal, das ist, glaube ich, etwas, was viele Lehrkräfte intuitiv so im täglichen Geschäft machen. Also festzustellen, wo steht meine Klasse, wo stehen einzelne Schüler, das löst so eine Suche aus, was kann ich als nächstes tun? So, und das Ganze kann man jetzt sehr systematisch machen, ein bisschen wissenschaftlich fundiert. Das würde bedeuten, dass man systematisch versucht, den Lernfortschritt auch von Schülerinnen und Schülern zu beobachten, zu erheben, Daten dazu zu haben. Das Ganze führt zu einem Konzept. Wir haben das auch in anderen Materialien dargestellt, nennt sich Response to Intervention. Antwort auf Intervention. Der Grundgedanke ist, ich verstehe Unterricht, das, was ich als Lehrkraft mache, als meine Intervention. Und ich gucke, wie respondiert die Lernende, der Lernende, also wie ist seine Antwort? Und damit bin ich dran an dem Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. Weißt du, ich gucke mir also genau an, das mache ich, ach, und das führt zu dem Lernfortschritt. Oder ich kriege mit, nee, das hat leider nicht geklappt. Die Schülerinnen haben es nicht verstanden. Vielleicht, weil meine Intervention, also meine Form von Unterricht irgendwie ein bisschen an den Schülern vorbeigegangen ist. Ich muss also was anderes probieren. Und wenn man das Ganze systematisch zusammenfasst, nennt sich das also so ein Mehrebenensystem. Das heißt, ich gucke mir an, welche Ausgangslage habe ich. Das wäre der erste Punkt. Screening über alle Schüler hinweg. Wo stehen sie? Was ist die Lernausgangslage? Da weiß ich schon mal dann in meiner Unterrichtsplanung, okay, darauf kann ich aufbauen. Und bei manchen Schülern fehlt diese Grundlage noch. Denen muss ich helfen geben, damit sie das nachholen. Und manche können anderen zum Beispiel schon eine Unterstützung anbieten. So, Screening. Dann versuche ich so etwas wie eine Unterstützung aufzubauen. Wenn ich sehe, manche Schüler machen nicht die Lernfortschritte, manche haben nicht die Voraussetzungen, die sie brauchen, dann biete ich ganz gezielte Hilfen an. Und da wissen wir inzwischen aufgrund auch dessen, was die Unterrichtsforschung sagt, das sind gute Tools, das sind weniger gute Tools. Wie bleiben wir unser Begriff, lieber Nils? Also das sind Verfahrensweisen, die den Schülern helfen, die die Hilfe anbieten, sodass der nächste Lernfortschritt gut möglich ist. So, das wäre also so ein Mehrebenensystem. Da sehe ich dann nämlich, okay, für 80 Prozent, 85 Prozent meiner Schüler reicht ein guter Unterricht. Das, was wir da besprochen haben, damit komme ich wunderbar voran. 15 Prozent der Schüler brauchen intensivere Unterstützung. Die brauchen so eine ganz strukturierte Anleitung. Die brauchen vielleicht mal so etwas wie ein gezieltes Training von Basisfertigkeiten, von Sprachverständnis, von kognitiven Problemlöseprozeduren. Das könnte dann so eine Maßnahme sein, die ich auf Stufe 2, also für vielleicht diese 10, 15 Prozent Schüler, anbiete. Und dann gibt es einzelne Schüler, da fehlt es oft an diesen ganz basalen Voraussetzungen, die machen auch mit dieser Unterstützung von Stufe 2 nicht die guten Fortschritte, die sie brauchen, um aufzuschließen. Das wäre nämlich mein Ziel, dass ich doch versuche, lernen, so zu unterstützen, dass sie erfolgreich abschließen können. Und dann muss ich für manche Schüler, wie gesagt, so ein, zwei Schüler pro Klasse, die brauchen dann eine ganz gezielte Unterstützung. So, damit habe ich eine Struktur, ein Konzept, mit dem ich einerseits die Bedarfe ermittle, ausgehend von dem, was Schüler haben, was sie mitbringen und mit meinem Ziel, wo sie hin sollen, was brauchen sie, um dieses Ziel zu erreichen. Und das differenziert nach den Bedarfen. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber wir haben da durchaus auch Verfahrensweisen, die sehr hilfreich sind bei der Ermittlung dessen, was gebraucht wird. Und wir haben natürlich auch viele Quellen inzwischen, wo wir nutzen können, um besser zu unterstützen, um gezielte, wirksame Hilfen anbieten zu können. Vielleicht magst du mich jetzt fragen, was haben wir denn da? Ich habe erstmal noch eine andere Frage tatsächlich, die mir jetzt durch den Kopf gegangen ist und zwar bei dem Response-to-Intervention-Modell. Da hast du gesagt, man probiert was und guckt, was passiert. Jetzt habe ich irgendwie das, ich habe im Kopf gehabt, mein Sohn, ich nehme mir jetzt mal als Beispiel und ich, Mastermind spielen. Ich weiß nicht, ob du Mastermind kennst. Also, vier Farben verdeckt und das sind, wie schafft man das mit wenig Versuchen, weil es ist ja auch ein Zeitfaktor, da durchzukommen, weil ich bin super schlecht da drin. Also, diese Farbcodes sind für mich, geben sich aus keiner Logik. Ich bräuchte zu lange, um Kindern rechtzeitig zu helfen, habe ich das Gefühl, um das zu übertragen. Ja, aber was da ja gebraucht wird, ist eine Strategie der Problemlösung. Und weißt du, das ist genau so ein Tool, das ist das, wo ich auch für ihn versucht habe zu beschreiben, das siehst du nicht sofort. Du musst die Kinder fragen, wie hast du es denn gelöst? Wie bist du denn vorgegangen? Oder auch, wenn du als Lehrkraft für bestimmte Problemstellungen, du hast als Lehrkraft, hast du ein Unterrichtsfach studiert? Mathe oder Geschichte oder was auch immer. Du solltest also solche Problemlöse, Vorgänge, Strukturen, wie du Themen bearbeitest, solltest du kennen. Und die jetzt zu transferieren, also die den Schülern anzubieten, auch als Strategien, um Aufgaben zu bewältigen, das wäre genau die Konsequenz daraus. Das wäre sowas, was man Metakognition nennt oder auch kognitive Formen der Unterstützung, die helfen beim gezielten Lernen wunderbar. Und da wissen wir, da gibt es also auch zum Beispiel digitale Formen der Unterstützung, wo ich so etwas gezielt mal trainieren kann, damit die Lernenden merken, wie löse ich denn so ein Problem. Also diese Strategien zu vermitteln, das macht Sinn. Welche Rolle spielt denn die Lehrkraft generell? Also wir reden jetzt ja auch über diese 15 Prozent, wo du sagst, da muss nochmal vielleicht ein besonderer Blick drauf geworfen werden. Und in diesen Modellen im Vergleich zu den üblichen Kindern, sage ich mal so, welche Rolle spielt da die Lehrkraft? und wie kann man da seine Rolle, was ich auch probiert habe zu sagen, so effektiv finden, ohne den Blick für das Ganze wieder zu verlieren? Und dann sind wir wahrscheinlich schon wieder beim Thema, was wir in einem Podcast vorher schon hatten. Wie gelingt mir guter Unterricht mit der Formel 15 plus 85? Also das ist das Konzept von diesem Mehrebenensystem. Ich habe zunächst mal einen guten Unterricht für alle Schüler. Da profitieren alle Schüler davon. Da kann ich auch davon ausgehen, dass das so die beste Voraussetzung ist für Schüler, die es schwerer haben. Und jetzt mal um diese 15 Prozent so ein bisschen dynamischer zu verstehen. Es gibt Schüler, die haben halt eine Krise. Die gehören dann zu diesen 15 Prozent. Die stabilisieren sich. Vielleicht finden sie einen guten Freund in der Schule oder in der Familie zu Hause stabilisiert sich was. Kommen sie wieder raus aus diesen 15 Prozent. Wir sehen, kindliche Entwicklung ist dynamisch. Das ist also nicht eine feste Gruppe. Das darf man so nicht verstehen. sondern das sind Kinder, die machen ihre Entwicklung, aber sie brauchen jetzt mal eine besondere Unterstützung. Das wäre, glaube ich, wäre mir zumindest ein Anliegen, dass wir da nicht so Kategorien machen, sondern dass wir es eher so dynamisch verstehen. Und jetzt natürlich darauf aufbauend, auf diesem guten Unterricht, den ich für alle mache, kann ich dann gucken, okay, was sind denn gute Verfahren, die ich jetzt da zusätzlich implementieren kann. Ein Beispiel, dann wird es vielleicht deutlich. Es gibt so etwas wie Gruppenarbeitsverfahren, Reciprocal Teaching nennt sich das, wo Schüler sich gegenseitig helfen, wo sie in einer kleinen Gruppe gezielt Aufgaben bewältigen. Das hört sich so banal an, aber der entscheidende Unterschied ist, ich habe hier zum Beispiel in der Vierergruppe klare Rollenverteilung. Man muss einen Sachtext in Biologie zum Beispiel lesen. Dann wird das zusammen gelesen in der kleinen Gruppe und dann gibt es vier verteilte Rollen, die jeder übernimmt und die auch wechseln und damit wird dann dieser Text analysiert. Also, wer fasst zusammen? Wie könnte man eine Überschrift nennen? Welche Begriffe sind unklar? Was kommt wohl als nächstes? Und da gibt es immer einen Verantwortlichen, der dazu das Gespräch führt und die anderen müssen die Frage beantworten. Und diese Rollen helfen, dass man gezielt einen Text wirklich intensiv bearbeitet. Und wir haben diese Befunde, dass von solchen klar definierten Rollen gerade Schüler, die Förderbedarf haben, und zwar sowohl im Bereich Lernen wie im Bereich Verhalten, sehr profitieren. Warum auch im Verhalten? Es gibt klare Strukturen. Ich arbeite mit drei anderen zusammen. Meine Position ist die, meine Aufgabe ist die. Dann wechselt das. Ich kann das mal verschieden sein. Mal bin ich der, der Fragen stellt, der die Gruppe leitet. Mal bin ich derjenige, der Antworten gibt. Das führt auch zu einem anderen sozialen Ansehen. Ich lerne Fähigkeiten, wie ich Gespräche für uns und so weiter und so fort. Neben dem, dass ich also den Text jetzt ganz intensiv durchdringe, lerne ich auch Verhalten. So, dieses intensiv durchdringen bedeutet, ich mache meine Lernfortschritte und ich mache meine sozialen Fortschritte. Und das sind so Verfahren, da profitieren besonders Schüler, die unter Risiken in die Schule kommen, die es nicht so einfach haben, die Unterstützung brauchen im Lernen und im Verhalten. Und solche Verfahren ganz gezielt einzusetzen, wäre Stufe zwei. Weißt du, das kann ich so im normalen Unterricht machen und weiß genau, diese Schüler profitieren davon. Also, finde ich, es hört sich auch für mich schon sehr eingängig an, auf jeden Fall. Gibt es denn noch so andere Tools? Wir kommen da heute nicht mehr von weg. Aber die, wo du sagst, okay, das ist nochmal so ein praktischer Ansatz, den ich mitgeben kann oder eine Hilfequelle, wo du sagst, also wahrscheinlich die Unterlagen und die Sachen, die ihr arbeitet in dem Projekt. Aber ja, zum einen der praktische Ansatz, so wie der jetzt gerade war oder wo du sagst, es sind Quellen oder Hilfestellungen, die kann ich empfehlen. Ja. Wir haben gerade ein großes Projekt abgeschlossen, wo es auch um Lehrkräfte ging, wie können sie inklusiv besser arbeiten und so im Laufe von zwei Jahren intensiver Arbeit zusammen können wir eigentlich so eine gewisse modellhafte Struktur eines solchen Unterrichts nennen. Also man würde immer anfangen mit einem sogenannten Advanced Organizer. Ich zeige den Kindern anhand eines Posters, was kommt heute auf uns zu? Was ist in dieser Unterrichtssequenz in den nächsten Stunden dran? Was sind die einzelnen Themen? Aber nur mit Überschriften. Also nicht diese Osterhasenpädagogik, ich verstecke das Wissen und ihr müsst raten, wo es ist, sondern ich zeige, das kommt auf euch zu. Und das lernen wir. Dann kann man auch mal sagen, okay, da haben wir drei Themen zur Wahl, was möchtet ihr lieber machen? Aber die Kinder haben einen Zusammenhang. Die Schülerinnen und Schüler wissen, das ist das Gesamtthema. Da hat man schon mal eine Orientierung. Aktiviert Vorwissen. Dann, zweiter Schritt. Es ist gut, wenn man gut strukturierte Lernprozesse anbietet. Also sowas wie eine direkte Instruktion. Das heißt, ich bereite das neue Wissen in einem kurzen, knackigen, anleitenden Lernarrangement vor. Die Schüler gehen das aktiv mit und dann ist es aber auch zu Ende. Und dann gibt es ein Feedback, haben wir gut gemacht, das haben wir jetzt verstanden. Und dann kommt die Phase des angeleiteten Übens, wo ich sofort Rückmeldung kriege. Habe ich jetzt selbstständig gemacht, aber richtig gemacht. Und dann gibt es auch die dritte Phase des offenen Übens, wo ich das anwenden kann, transferieren kann. Und das in einer Stunde. Das heißt, ich habe dann 20, 25, 30 Minuten, habe eine ganz klare Vermittlung von neuen Inhalten, neuen Fähigkeiten, die ich erwerbe und kann die dann in zwei weiteren Phasen üben. Das wäre so diese andere Phase. Dann Feedback, haben wir ja auch, Information, wie kriege ich Rückmeldung auf meinen Lernprozess. Und dann auch sowas wie verschiedene Formen der Präsentation. Also wir haben da so viele Möglichkeiten inzwischen unsere Ergebnisse vorzustellen, digital auch aufzubereiten. Also das wäre so eine gewisse Struktur, wie ich tatsächlich diese Lernprozesse ganz gezielt anleiten kann. Kombiniert dann mit solchen empirgestützten Verfahren in diesen Übungsphasen, da habe ich sehr, sehr viel abgedeckt, was an Bedarfen eigentlich da ist in meinem Klassenzimmer. Und wenn ich so eine Grundstruktur mich mal einübe, die Kinder lernen, es kennen, Classroom-Management klar strukturiert, da bin ich auf einem sehr guten Weg. Wenn man das dann so gut wie möglich umgesetzt hat, also was die eigenen Vorgehensweisen, Möglichkeiten und so weiter betrifft, dann gibt es irgendwann Schulende und dann sind wir beim Nachmittag. Und wie gelingt da die Zusammenarbeit mit dem weiteren Umfeld? Weil wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist ja nichts Isoliertes, was man einmal die Woche macht oder nur vormittags, sondern was für Möglichkeiten hat man in der Zusammenarbeit mit Eltern, Umfeld und so weiter, ja die Kinder weiter diese Bedarfe auch anzugehen, selbst wenn man nicht mehr in der Schule sitzt. Also die Zusammenarbeit mit Eltern ist natürlich ganz zentral, ganz wichtig und die Eltern bieten ja den Raum auch, den Rahmen, die Rückendeckung für Schülerinnen und Schüler fürs Lernen. Und wir haben oft die Schwierigkeit, die Eltern zu erreichen von den Schülerinnen und Schülern, die es schwer haben. Mit denen zu kooperieren ist wirklich eine Herausforderung. Da tun sich zum Beispiel auch Elterntrainings und so tun sich sehr, sehr schwer. Das ist oft die Gruppe, die dann aussteigt, die nach drei, vier Sitzungen nicht mehr kommen. Das heißt, das ist wirklich auch keine leichte Aufgabe. Man muss ja auch festhalten, es sind oft Eltern, die kommen aus ganz anderen Erfahrungshintergründen. Sie haben oft Stress zu Hause mit ihrer sozialen Situation, mit der Wohnsituation, mit dem Einkommen und so weiter. Vielleicht auch Konflikte in der Familie. All das belastet die Eltern oft und dann kommt noch die Schule und sagt, mit ihrem Kind läuft es nicht gut. Das hört man einfach nicht gern. Du und ich, wir sind Eltern und wir wissen, das piekst, das trifft einem. Wie kann man das grundsätzlich anders gestalten? Ich glaube, ein wertvoller Ansatz ist, dass man die Beziehung, den Kontakt nicht nur sucht, wenn es schwierig wird, sondern eine verlässliche Basis der Zusammenarbeit hat über die Zeit hinweg und gerade dann, wenn es gut läuft, positive Botschaften an die Eltern zu geben. Ihr Schüler hat die Lernfortschritte gemacht. Er hat heute zum ersten Mal selbstständig 15 Minuten alleine geübt. Er hat erfolgreich mit einer Gruppe zusammengegangen. Solche kurzen Botschaften. Wunderbare Sache. So, da kann man so Informationshefte und wie gesagt, das muss ich ja nicht für alle Schüler machen, aber für meine ein, zwei, drei Schüler, die es schwer haben, für die so etwas aufzubauen, ist total hilfreich. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich vereinbare vielleicht mit meinen Eltern, dieser Schüler, immer dann, wenn die Schülerinnen der Schüler ein Sternchen von der Schule mit nachaus bringen, immer dann gibt es abends eine Viertelstunde Vorlesezeit, wo sie als Eltern, als Belohnung für die tolle Leistung der Schule, dem Schüler, der Schülerin was vorlesen, was er sich aussuchen darf. Das hört sich ganz schön einfach an. Das fordert aber schon auch Engagement der Eltern, das wissen wir. Aber weißt du, was man damit erreicht? Also zum einen, Eltern kriegen mit, mein Kind hat gut gearbeitet. Es ist eine Zeit, wo wir uns was gönnen, wo ich mit ihm zusammen was tun kann. Und zuhören, vorlesen, jetzt mal, wir sind im Grundschulalter, aber vorlesen, zuhören, das fördert die Aufmerksamkeit. Da bin ich bei einem, auch bei einer sozialen Situation, die mir hilft, zu konzentrieren, nachgewiesenermaßen wirksam. Also das heißt, wir haben eigentlich, ich würde mal so sagen, oft naheliegende Möglichkeiten, Chancen, die wir gezielt systematisch nutzen sollten. Jetzt in höheren Altersstufen finden sich dann auch, gemeinsam mal ein Computerspiel zu machen, mir mal von meinem Kind zeigen zu lassen, wie geht denn sowas überhaupt. Das wäre zum Beispiel, oder man darf sich, auch auf längere Sicht, man darf sich was raussuchen, einen Ausflug oder so. Also alles das, wo auch die Interaktion der Eltern mit ihren Kindern unterstützt. Super, wenn wir sowas einbauen. Da ist so ein bisschen so ein genereller Gedanke, den ich daran kurz anschließen möchte. Ich habe da so das Gefühl, dass du, also aus meiner Sicht war das eher, früher gab es für die Bildung und Erziehung des Kindes, gab es die Einheit Eltern und Lehrkräfte gemeinsam. Und da gab es das Kind. Das heißt, wenn du früher in der Schule Ärger gekriegt hast, wurde das zu Hause genauso noch thematisiert. Und ich habe das Gefühl, dass es so aufgelöst wurde, dass Lehrkräfte inzwischen vor der Herausforderung stehen, gegen Kind plus Eltern zu kämpfen manchmal. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist eine Entwicklung oder ist das nur mein subjektiver Eindruck? Also wenn, ich habe das Gefühl, wenn früher der Lehrer angerufen hat zu Hause und gesagt hat, das ist passiert, dann wurde das zu Hause nochmal nicht positiv diskutiert. Und jetzt ist es so, nein, aber mein Kind kann das nicht gewesen sein. Das ist so mein, oder ist das ein Eindruck, der sich nicht bestätigt? Also ich würde mal von narrativer Evidenz sprechen. Ich kenne jetzt keine Studien, die das so belegen, aber viele Lehrkräfte berichten das auch, dass es nicht mehr sowas wie ein Bündnis gibt zwischen Eltern und Lehrkräften, dass man gemeinsam in die Richtung geht. Das sind, ich glaube, wir haben eine zunehmend disparate Gesellschaft. Wir haben zunehmend unterschiedliche Erwartungshorizonte an Schule, an Erziehung durch die Eltern. Man könnte auch manchmal sagen, Lehrkräfte delegieren gerne auch Aufgaben an die Eltern, die vielleicht auch ihre eigenen Aufgaben sind. Also auch das, ich glaube, das ist, man kann es schwer nachweisen, aber ich würde sagen, wir sind eigentlich aufgefordert, daraus das Beste zu machen, nämlich versuchen, zusammenzuführen, was ist unsere Zielrichtung, wo wollen wir hin, was soll Ihr Kind erreichen, was kann ich dazu tun, was können Sie dazu tun. Wenn man da auch ein bisschen transparent miteinander ist, glaube ich, dann findet man auch wiederum gemeinsame Zielrichtungen. Ausnahmen bestätigen die Regel, völlig klar. Es gibt, wie gesagt, auch in Familiensituationen, wo es einfach, wo andere Themen anstehen oder wo man das auch nicht nachvollziehen kann, möchte. Das kann immer auch sein. Aber im ganz großen Bereich haben wir doch Möglichkeiten, uns gegenseitig darin auch beizustehen, weil wir wissen ja eigentlich auch, die Schule ist wichtig, ganz klar. Sie vergibt Chancen auch für das weitere Leben, so problematisch, wie das oft ist. Und auf der anderen Seite, viele Eltern wissen auch, diese Chance, da muss ich mein Kind unterstützen. Ich will, dass sie die Chancen hat. Und dann zu versuchen, okay, was können wir gemeinsam tun? Wo ist unsere gemeinsame Ziel? Was können die nächsten Schritte sein? Was können Sie leisten? Was kann ich leisten? Ich glaube, dann öffnet man auch die Türen für gemeinsame Aktivitäten. Also ich glaube auch, das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, dieses Gemeinsame und auch, was du vorhin gesagt hast, in positiven Zeiten auch mal melden. Also dass das wahrscheinlich auch eine andere Offenheit irgendwie bringt. Und damit würde ich jetzt zur letzten Frage kommen, die ich dir heute stellen möchte. Und die wäre, hält individuelle Förderung auf oder hilft sie sogar? Ja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Es kommt darauf an, wie man es macht. Ja, also ich sage mal so, man hat manchmal den Eindruck, individuelle Förderung, da kommt vielleicht eine Fachkraft oder eine Assistenzkraft oder der Sonderpädagoge, nimm mal das Kind raus und mach mal mit dem die Aufgabe. Und das wird dann als individuelle Förderung bezeichnet. Ich sage es nochmal scharf. Es gibt keine stigmatisierendere Situation. Wenn du das kontinuierlich machst, dann ist diese Schülerin, dieser Schüler auf jeden Fall gekennzeichnet in den Augen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Und leider wird das häufig praktiziert. Muss man ganz klar sagen. Und das wird dann als individuelle Förderung verstanden. Nein, das ist es nicht. Sondern das ist eigentlich sowas wie individuelle Exklusion. Ausschluss aus dem gemeinsamen Lernen. So, wie kann man es denn sonst machen? Weißt du, diese Begleitung, diese individuelle Unterstützung, die ein Schüler braucht, das kommt ja darauf an, wie ich das arrangiere. Gebe ich diese individuelle Unterstützung, zum Beispiel durch Lernmaterial, zum Beispiel durch weitere Hilfen, durch einen Mitschüler, der mir als Assistent zur Seite steht, vermittle ich eine positive Situation. Zum Beispiel, wir machen dann eine Gruppenförderung und dieser Schüler darf sich drei Mitschüler aussuchen, die mit dürfen. Die machen was Tolles und stellen, wenn sie zurückkommen, das tolle Ergebnis, was sie gemacht haben, vor. Das ist beneidenswert. Nimmst du mich das nächste Mal mit? Das hast du da. Weißt du, jetzt an diesem banalen Beispiel wird deutlich, individuelle Förderung kann helfen und es kann aber auch wirklich abkoppeln. Wenn ich immer nur das Einfache trainiere, das, was er immer noch nicht verstanden hat, wenn ich das auch inhaltlich immer so mache, das führt zu Frustration und Demotivation. Das ist nicht die Förderung, die diese Schülerin braucht. sondern wirklich auch ansetzen an den, was er oder sie mitbringt, was haben ist, um dann die nächsten Schritte in den Blick zu nehmen, was braucht dieser Schüler, diese Schülung, um die nächsten Schritte zu tun und dabei immer auch die Gruppe mit im Blick zu haben. Wir lernen gemeinsam und das ist die Riesenchancen, dass Klassen voneinander lernen, miteinander lernen, sich gegenseitig unterstützen können. Und darum, individuelle Förderung sollte eine Hilfe sein, auch für die Gruppe, weil dann ist ein Schüler besser dabei und er hat ein gutes Standing und er bringt tolle Beiträge für die Klasse, was sonst vielleicht eher als Außenseiter wahrgenommen würde. Also individuelle Förderung sollte und kann so eine Hilfe sein. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass Bedarfe, wenn man sie erkennt oder wenn wir das Wissen darum haben, wie man sie erkennt und was man tun kann, einfach zur Hilfe beitragen kann. Und ich fand, was jetzt nochmal am Ende einfach für mich hängen bleibt und ich hoffe, das kannst du jetzt nochmal bestätigen, ist dieser Gedanke, diese Bedarfe als Chance zu sehen und das Ganze als gemeinsame Chance zu sehen. Das finde ich ist nochmal das, was ich heute am meisten mitgenommen habe und bei allen Theorien und Tools, die man sozusagen dahinter hat, ist das wahrscheinlich so der bejahendste und auch praktischste Ansatz, was die man haben kann. Ich glaube auch, Nils, das hast du schön gesagt, auch die Erfüllung der Bedarfe durch eine Lehrkraft, das ist, glaube ich, was Tolles, das zu erleben, dass Schüler plötzlich große Land fortschritte. Ich könnte dir auch Beispiele hier aus unserer Region erzählen, wo Studierende oder auch Kollegen das umgesetzt haben und die uns mit glänzenden Augen berichtet haben. Guck mal, er kann jetzt selbstständig, kann er diesen ganzen Text lesen und das, wo er vor einem halben Jahr da noch nicht dran ging, sich nicht zugetraut hat, auch nicht die Fähigkeiten dazu hatte und das war für Lehrkräfte wie auch für unsere Studierenden, aber auch für die Mitschüler einfach ein tolles Erlebnis, was Schüler alles können, das ist die Chance und darum dieses Brauchen als Sprungbrett hin zu dem, was ich habe und was ich kann, zu verstehen. Das ist, glaube ich, wirklich eine tolle Perspektive. Dann gehen wir mit dieser tollen Perspektive doch einfach aus dem Gespräch raus und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen, die uns heute ihre Ohren geliehen haben, unseren Redebedarf sozusagen mitgeteilt haben und bedanke mich bei dir, Clemens, für das tolle Gespräch. Verabschiede mich und lasse dir das letzte Wort. Lieber Nils, danke für deine schwierigen Fragen, besonders deine Einleitungssätze, die muss ich mir nochmal aufschreiben und in Ruhe reflektierend mit nach Hause nehmen und das finde ich allen Zuhörern auch. Dieser Podcast wurde unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Mehr Informationen zu den Lizenzbedingungen, dem Projekt und den Materialien finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.uol.de slash oer-lkb Vielen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank.